Du spielst wie ein Mädchen, weißt du das? Ja klar, damit du nicht anfängst zu heulen wie eins. Wie steht es denn nun um unseren Alten? Okay, schon gut, alles klar. Gut. Und wie läuft es mit Nico? Eher bescheid, ne? Du hast es vermasselt, ne? Sag ich doch bei dem Outfit. Ganz bestimmt deshalb. Aber vielleicht gebe ich dir so eine kleine Starthilfe. Und verbrüdern. Okay. Das muss... Soll ich das vielleicht machen? Du bist ja pünktlich auf die Minute, Holla. Ja, vielleicht erhöht das ja die Chancen auf eine Anstellung. Deine Chancen, die erhöhen sich mit jedem gespülten Glas. Ja, ich muss... Gregor. Danke nochmal, dass ich hier aushelfen kann. Ach, also eigentlich müsste ich dir dankbar sein, weil... Hübsche Kellnerin steigern den Umsatz. Nein, im Ernst. Es wäre wirklich toll, wenn ich mir neben meiner Ausbildung hier was dazu verdienen könnte. Ja klar, wann geht es denn los beim Fotografen? Ach, schon bald. Aber es bleibt genug Zeit, um zu arbeiten. Am Wochenende, abends und wenn ich Berufsschule habe, sowieso. Fein. Hallo. Hi. Dann können wir ja hier loslegen. Ja, mit dem Einarbeiten. Ähm, wie... Wir beide? Oder spricht irgendwas dagegen, dass ihr jetzt zusammenarbeitet? Nein. Absolut nicht. Nein. Dann... Herzlich willkommen.